Der pass war aber auch schön. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Rocket League mit meinem Lieblingsteammate natürlich, dem Tegi. Grüß dich. Hallo. So, lang ist es schon wieder her. Schlimm, oder? Ich nehme es auf meine Kappe, ich bin schuld. Soll ich euch jetzt alles erzählen? Also, nee, komm, wir machen es kurz. Erst hatte ich Controller-Probleme, jetzt habe ich eigentlich einen Mega-Controller, aber ich mache keine Werbung, aber er ist gut. Aber ja, warum gerade wenig kommt, ist einfach so, dass ich momentan an einem großen Umzug bin. Freue mich aber schon mega, weil ich jetzt, also die letzten acht Monate, haben wir zu zweit, beziehungsweise mit meiner Katze zu dritt, wenn ihr den Comedy Grand Prix gesehen habt, wo Ivy mir über die Tastatur läuft, zu dritt in einer Einzimmerwohnung gehaust, in meiner kleinen Eigentumswohnung, die ich mir nach dem Studium gekauft habe. Und das ist jetzt eine Ende dieser Ära, weil wir ziehen jetzt eine richtig große, dicke Fünf-Zimmer-Wohnung und da freue ich mich schon mega drauf. Und dann kommt auch endlich wieder mehr Content von mir. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir dachten so Samstag, also heute ist Samstag, wo wir gerade aufnehmen, weil wir haben hier noch die Bauarbeiter ums Haus rum, deswegen ist hier auch eigentlich immer Lärm, heute aber nicht, weil Samstag, sie sind jetzt schon zu Hause, das ist gut. Dementsprechend gibt es heute endlich wieder Rocket League. Ihr wundert euch, warum ihr mich nicht seht? Auch so ein Grund. Kein Greenscreen mehr, habe ich schon eingepackt, schon in Umzugskartons, beziehungsweise nicht in Kartons, aber schon verstaut für den Umzug. Dementsprechend, ja, wundert euch nicht. Aber gut, was ich euch zeigen kann, ich habe nichts gemacht. Ich bin immer noch Champ 3, was mich wundert. Was heißt, was mich wundert? Ich habe ja nie gespielt. Dementsprechend, ich habe, glaube ich, die Gold-Rewards aktuell. Das ist stark. Weiß gar nicht, wo. Das ist stark, ne? Ja. Also, dieses Jahr habe ich richtig Gas gegeben, was Rocket League angeht. Allgemein YouTube, habe ich richtig geklänzt, habe ich richtig gezeigt, was ich auf dem Kasten habe. Naja, es soll unsere Freude auf das Spiel nicht drüben. Dementsprechend, würde ich sagen, probieren wir es einfach, oder? Was bist du aktuell für eine Liga? Ähm, Champ 2. Ja, Champ 2. What? Ja, bin ich halt voll OP, Alter. Du musst mich jetzt auch carryen. Ja, auf jeden Fall, habe ich vor. Sehr gut, sehr gut. Also seit gefühlt, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Ich glaube, das letzte Mal war ein Stream. Keine Ahnung, zwei Monate bestimmt, ja. 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 Egal. Road to Grand Champ. Grinding to Grand Champ ist immer noch aktuell. Und egal, wie lange es dauert. Und wenn das Spiel nicht mehr gespielt wird, ich werde es weiterhin spielen. Wenn da nur noch zehn Spieler drin sind, dann werde ich auch Grand Champ sein. Busfahrer-Mafia. Alles klar. Komm, wir faken direkt. Okay, okay. Okay, okay. Jawolle! Bam! Ah, scheiß, fast. Oh, oh. Das war... Oh, das war, glaube ich, meiner. Das war, glaube ich, meiner. Ich habe den aber auch gut gepasst. Okay, wir gehen ran jetzt. Ja. Also wie immer, wie ihr es kennt, best of three. Wir machen... ...Klar weiter, wo wir aufgehört haben. Okay, warte, den habe ich. Ach, das war's. Oh, da wird ich nicht gut versteckt. Ich habe keinen Boost. Nice. Okay, den habe ich. Sorry. Ähm, habe ich noch nie. Oh, Mist. Sorry. 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 Ja, ist doch nicht aller Tage Abend, ne? 2.30. Du weißt ja Bescheid. Oder 2.50 oder was war's? Ich weiß es auch nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wann wir anfangen. Wir wissen nicht mehr, wann wir anfangen, gut zu spielen. Das ist schlecht. Aber irgendwann sollten wir anfangen, gut zu spielen. Ja, ja. Gut. Ja, Mitte? Ja, hier. Oh, sorry. Hättest du mich gefällt, glaube ich. Wenn du mich da einmal abgefremst hast, weil ich bewusst auf der Ready-Bist. Hab ich mich nicht? Was machen die? Was machen die? Ich falle aus, was hätte ich die Falle. Ja, schön. No. Das war natürlich sehr risikobehaftet, was ich hier gemacht habe. Gut. Ah. Ho. Zu dir. Nice. Schön. Schön. Doch. Ja, wir machen das noch. Wir machen das noch. Ja, ja, klar. Ist gar kein Thema für uns. Hallo? Habt ihr uns schon abgeschrieben, hä? Habt ihr? Hab ich selber schon abgeschrieben. Hör doch auf. Kannst du? Habt den? Ich händ den an. Du nimmst den an? Okay. Gut. Oh, sorry. Oh, shit. Ich hab mich gebombt in den Ballwaren. Schön gemacht. Oh. Nice. Gut gemacht. Oh. Ja. Let's go. Ah. Unglaublich. Unglaublich. Langsam mal Start, aber jetzt kommt die Maschinen ins Rollen, glaube ich. Ja, ja, ja. Das braucht immer ein bisschen. Ja. Ich meine, es ist auch zwei Monate. Also wie gesagt, ihr seht es gleich, wenn ihr meine Rewards seht. Das ist, glaube ich, wirklich. Oh, oh. Das ist halt wirklich so, dass ich zwei Monate gar nicht gespielt habe. Jetzt direkt eine Aufnahme mit Tiggi. Ah, ja, läuft. Fühl mich richtig vorbereitet. Hast du nochmal? Ich sehe nichts. Ja. Sehr gut. Bang. Schönes Ding. Schöner Pass. Elana, morgen hier. Unglaublich, unglaublich. Oh, mein Spielsound ist abgekackt. Oh. Was ist jetzt los? Ich kann auch nicht A drücken. Nein, ich kann wieder nicht lenken. Was ist passiert? Ah, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Irgendwie hat meine Maus rausgetappt. Ich habe schon gedacht, Disconnect am Controller, neuer Controller. Jetzt direkt wieder das gleiche Problem. Das kann ich. Den habe ich. Den habe ich. Der hat auch. Den habe ich. Den habe ich doch. Was sage ich doch. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht habe ich nie an dir gezweifelt. Ja, ich schaue nicht. Ich auch nicht. Komm, woher ich da komme, Alter. Einmal kurz an die Decke geflogen. So. Ja. Ich habe dich gebummt. Kannst. Sehr gut. Ich kann ihn erst mal vor. Ja, ich bin. spielen hier. So, was tust du? Hä, was tust du? Das tust du also, hä? Habe ich doch gewusst. Ich habe den nicht. Ja, okay. Ich gehe zurück. Der steht dort. Beide stehen dort. Aber ich kann ihn totfahren. Das ist gut. Hast du gut totgefahren. Oh. 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 Geht's? Kann man dir helfen? Na ja. Ja, bitte. Kann man dir helfen? Ja, bitte. Schön. Ah, das war nicht gut. Ganz gut. Der hat den Boost gemisst. No. Oh, ja. Holy moly. Holy moly. Das ist bitter. Der ist nochmal gut. Sehr schön. Das ist bitter. Das ist bitter für euch, Freunde. Das ist einfach ein starker 50. Nichts bitter. Siehst du? Oh, das ist bitter. Ich fahr mal mit vor. Ich mach das jetzt auch ein bisschen öfter. Okay, okay. Okay, mach du das mal. Weil man ganz gut den Boost snacken kann für den Gegner. Jetzt gerade nicht. Ja, ja. Sonst immer. Manchmal ganz gut. Manchmal auch ein Tor für die Gegner. Schön. Schön. Alter. Die Maschine kam ins Rollen. Wer sich nach dem 0-2 am Anfang Sorgen gemacht hat, wird hier einfach eines besseren belehrt, glaube ich. Ja, ja. Gar kein Problem. Ich wollte einfach nichts anbrennen lassen. Von Anfang an. War eigentlich gescriptet. Muss man schon mal so sagen. Lock ich hier auf meinem Zettel stehen. Ja, ab 0-2 am Anfang zu spielen. Sowieso. Genau so. Warte mal. Spur mal zurück. Und dann so. Warte mal. Wann war das nochmal, wann wir anfangen? Keine Ahnung. Wir wissen es beide. Oh. Und jetzt so. Ganz klar. Ab 0-2. Ja, das Problem ist, dass ich gedacht habe, wir haben uns an was Zeitlichem festgehalten. Wir müssen uns einfach an einen bestimmten Score festhalten. Ja, ja, ja. Oh, jetzt siehst du das? Wenn wir nicht 2 zu 100 Stunden liegen, spielen wir auch nicht. Siehst du das? Siehst du das? Ich habe jetzt gerade Platin Reverts. Also 1 von 10. Also diesen Monat oder dieser Season habe ich richtig reingeklotzt. Ist das High Elo? Das High Elo. Ja. Platin Revert. Anstrengend jetzt. Ja, 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 ja. Anstrengend. Aber wie? Du sagtest doch eben erst ab 0-2. Jetzt müssen wir es anders machen. Jetzt direkt? Okay. Jetzt müssen wir es anders machen. Das wird sonst gefährlich. Okay, okay. Oh, nee. Du siehst schon die Punkte von denen, ne? Ja. So ekelhafter. Oh, ich habe direkt gemisst. Ja, alles gut. Alles gut. Das macht mir Angst, wenn du mir so etwas von Punkten erzählst. Alles gut, alles gut. Guck mal hier. Spank. Okay, ja, schön. Schön. Schöner Schuss. Weißt du, der Gegner spielt auch mit. Herrlich. Aber es fangen echt viele, die sind Panic da, ne? Ja, ja. Ist einiges geändert in der Zeit jetzt. Ja, ich merke schon. Das mit Panic war, glaube ich, schon ein bisschen davor. Oh, Heidi, ich bin auch da. Ja, ist gut, ist gut. Heidi, ich bin auch da. Guck mal, ich habe ihn outplayed. Herrlich. Oh. Ja, das ist schwierig für mich. Er bunt mich auch. Ich muss weg. Ich hole den. Ich gehe weg. Oh, der hat ein Problem. Okay. Bin dann. Bin. Oh, den kriege ich nicht. Ja, ist okay. Ich habe zehn Boots. Ja. What? Alter, vollkommen verschätzt. War ein Mist gebaut da. Aber so richtig verschätzt. Ich dachte, die geht nicht. Ich dachte, die geht am Foss. Den lasse ich. Wer schießt denn jetzt? Ja, er hat den. Oh, fuck. Genau auf jeden Versuch. Okay. Der hat in Mitte. Oh. Schade. Der clear hat den. Ich fass es nicht. Das war close. Ja, war eigentlich ein ganz gutes Play. Ja, ja. Oh, das war nicht so gut bei mir. Hat der ein bisschen gut blockt? Ja. Schön. Nein. Ich gehe mal auf. Bam. Was macht der? Weiß es nicht. Kritische Sachen macht er. Oh, sorry. Aber es ist okay. Es ist okay. Nein, nein. Es ist auch nicht. Dammit. Gehst du ab? Oh, ich habe gebacked. Ab denn? Schön. Das war nicht gut. Schön. Das war dumm von mir. Alles gut. Das gibt es doch nicht. Wie drücken wir uns die denn eigentlich gerade hier rein? Ja. Wir lassen aber auch nichts an. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost leider. Ich auch nicht. Ja, ich bin Mitte. Schön. Den Boost hier bekommen. Gut. Der ist tot. Yes. Schöner Pass. Tag. Das war gar nicht mal so schlecht von mir, muss ich echt mal zugeben. Ja. Das war gut gedreht. Das war gut gedreht. Das war nicht gut. Schön. Ich bin hier. Ja, den habe ich. Der hat den. Oh, ich habe den. Ja. Aber die reicht nicht. Die reicht nicht. Doch, die reicht. Die reicht. Sehr gut. Unglaublich. Die reicht nicht. Das war schön gedreht, würde ich sagen. Ja. Schön gedreht. Tita, hast du dich gut gedreht. So nach dem Motto, ja, war jetzt nicht so gut, aber wenigstens schön gedreht. Aber immerhin schön gedreht. Das ist das, wenn du in einem Freestyler sagst, dass er verkackt hat. Ja, ja, ja. Dreh dich mal. Oh, das war. No, er bumpt mich weg. Das war eher nicht so schön gedreht von mir jetzt. Er hat mich schön gedreht. Okay. Oh, oh. Oh, nicht schon wieder so ein Ball. What a save. Oh, yes. Ei, was ist das für ein Bones? Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich soll jetzt nicht wahr sein. Ich muss den ja clearen. Okay, komm. Okay, kein Fake. NOOOOO Geht nicht alles gut Hat mir den Boost gesteilt Ich hab nichts Zeitgriff einfach Schräg Gut Versuch den zu machen Nevermind, ich hab kein Reset bekommen. Ja! Oh! Nein! Nein! Ich kann nichts machen, ich hab keinen Fuß. Das ist traurig, das ist traurig. Okay, ich bin hinten. No! No! Kannst du, kannst du? What a save! Bam! Boom! Zack! Deine Mutter! Meine Mutter! Eure Mütter! So. Entschuldigung. Das war schön gedreht. Das war High-End-Regen. Okay, was macht er? Schön. Er hat nichts anbrennen lassen jetzt hier. Okay. Ja. Ich geh drauf. Nein! Das war ein Fehler von mir. Okay, ich geh zurück. Der macht doch gar nichts hier, guck mal. Der spielt doch noch mit uns. Dann geh ich einfach raus. Ja, 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 ja. Hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Zack! Zack, raus hier! Alter, Platin-Revert. Zwei von zehn Siegen. Langsam geht's aber ab, du. Oh, oh. Wenn ich so weitermache, schaffe ich das nur zu Diamant. War das jetzt schon das Beste? Ja, gut. Das war's schon, ne? Ja, ja. Das ist traurig, ne? Ihr braucht in Zukunft gar nicht mehr mit drei Videos rechnen, weil wir immer in zwei Videos schon das Beste Spiel gewinnen werden. Ahem. Okay, das war jetzt eine Ansage. Ja. Okay, in diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt direkt noch ein, zwei, drei Folgen auf, weil dann können wir jede Woche ein bisschen Rocket League bringen, weil, wie gesagt, umzugtechnisch und so weiter, viel zu tun, aber dann seid ihr ja versorgt. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Hör mir auf. Das ist auch noch so eine Sache, ey. Da. Ihr wollt nicht wissen, was es kostet, Eigentum zu besitzen. Das ist widerlich. So, dann rufst du jetzt an. Hör mal. Hört mal. Ein bisschen runterbringen. Saxophonmusik. Naja, dann ruf ich später zurück. Pass auf, dass es keinen Copyright-Strike gibt. Oh ja. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's noch rein. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.